Ja sag mal, drückst du allem noch den uralten Mantel? Du, der hat einmal in meinen Jäger gekehrt, den speiss ich echt nicht weg. Ja, der Seil hat vielleicht in die 70er Jahre gepasst, aber jetzt wird es schon in Gehaling einmal Zeit für einen Neuden. Der Mantel unserer Autonomie ist alt und dünn geworden. Es ist Zeit, etwas Neues zu schneidern. Schöpfen wir Südtirols Potenzial endlich besser aus. Seien wir mutig und zuversichtlich. Arbeiten wir für eine echte Unabhängigkeit, mit eigener Gesetzgebung, mit Steuer- und Finanzhoheit, in der wir EU-Richtlinien selbst umsetzen. Für unsere Heimat und unsere drei Volksgruppen. Wählen Sie am 21. Oktober die Freiheitlichen und geben Sie die Zukunft Südtirols in sichere Hände.